Sebastian Haller 22. Juni 1994 Imres Orangis, ist ein französischer Fußballspieler. Der Stürmer steht beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Vereinskarriere 2003 bis 2012, Anfänger in der Jugend Haller, der als Sohn einer ivorischen Mutter und eines französischen Vaters neben der französischen auch die eivorische Staatsangehörigkeit besitzt, begann mit dem Fußballspielen in der nordfranzösischen Region Ile-de-France-Bempf-Kovenlix und dem Cies-Bretigny-Football in der Jugend. Im Jahr 2007 wechselte er zum damaligen französischen Erstligisten E.G. Osser, dessen Jugendmannschaften er bis 2012 durchlief. 2012 bis 2014, erste Profi-Einsätze in Osser Im Juni 2011 unterzeichnete Haller bei der E.G. Osser seinen ersten Profi-Vertrag. Nach einem weiteren Jahr in der Jugend stieg er zur Saison 2012-13 in die von Jean-Gaival-Emme trainierte Profi-Mannschaft auf. Beim 2-0-Sieg gegen Olympique Nîmes am 27. Juli 2012 gab Haller sein Debüt in der Ligue 2 und gab die Vorlage zum 2-0 in der 58. Minute. Sein erstes Pflichtspieltor erzielte er am 1. März 2013 bei der 1-zu-2-Niederlage gegen A.C. Aale-Avignon, als er in der 27. Minute sein Team mit 1-zu-0 in Führung brachte. In der Spielzeit 2013-14 stand Haller in 25 Ligaspielen auf dem Feld und erzielte vier Tore. In der Hinrunde der folgenden Saison kam er zu acht Einsätzen, in denen ihm kein Torerfolg gelang. 2015 bis 2017 – Stammspieler beim FC Utrecht Zu Jahresbeginn 2015 wurde Haller bis Saisonende an den FC Utrecht verliehen und avancierte dort sofort zum Stammspieler. Sein Debüt in der Eredivisie gab er am 18. Januar 2015 bei der 1-zu-2-Niederlage gegen den SC Hirnfehn, seine ersten vier Tore erzielte er knapp einen Monat später beim 6-zu-1-Heimsieg gegen den FC Dortrecht. Am Ende der Saison standen für Haller elf Tore in 17 Spielen zu Buche und er wurde vom FC Utrecht fest für vier Jahre verpflichtet. In der Spielzeit 2015 16 stand Haller in 33 Meisterschaftsspielen in der Startelf und verhalf seiner Mannschaft mit 17 Torerfolgen zum Erreichen des fünften Platzes in der Abschlusstabelle. Darüber hinaus erreichte er mit dem Team das Nationalpokalfinale, das am 24. April 2016 mit 1-zu-2 gegen Feyenoord Rotterdam verloren wurde. Von den Utrechter-Fans wurde Haller mit der Di Tommaso Trophy als Spieler des Jahres 2015 ausgezeichnet. In der Saison 2016-17 war er mit 13 Treffern in 32 Ligaspielen erneut der beste Torschütze seiner Mannschaft. Seit 2017, Durchbruch in Frankfurt Zur Saison 2017-18 wechselte Haller zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Dort unterschrieb er Mitte Mai 2017 einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2021. Sein erstes Pflichtspieltor für Frankfurt erzielte Haller am 12. August 2017 beim 3-zu-0-Sieg gegen die Thuss Erntebrück in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals 2017. Sein erster Bundesligatreffer folgte mit dem einzigen Tor beim 1-zu-0-Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln am 20. September 2017. Hallers Seitfalls hier zum 2-zu-1-Sieg gegen den VfB Stuttgart am 30. September 2017 wurde von der Sportschau als Tor des Monats ausgezeichnet. Bis Saisonende erzielte Haller neun Tore in 31 Ligaspielen. Zudem traf er bei fünf Einsätzen viermal um den FB-Pokal, den er mit der Eintracht am 19. Mai 2018 nach einem 3-zu-1-Finalsieg gegen den FC Bayern München gewann. Durch diesen Erfolg qualifizierte sich Haller mit seiner Mannschaft zur Spielzeit 2018-19 für die Gruppenphase der Europa League, in der er ab September 2018 seine ersten Erfahrungen auf internationaler Vereinsebene sammelte. In der Gruppenphase traf er dreimal und verhalf seiner Mannschaft damit zum souveränen Einzug in die K. O. Runde. Auch in der Bundesliga konnte Haller gute Leistungen zeigen und bildet in der Saison 2018-19 mit seinen Teamkollegen Luka Jovic und Ante Rebic ein Sturmtrio, das in den Medien aufgrund ihrer körperlichen Präsenz als Büffelherde bezeichnet wird. Nationalmannschaftskarriere Haller absolvierte im Juni 2010 bei einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland ein Spiel für die französische U16-Nationalmannschaft und durchlief anschließend alle Junioren-Nationalmannschaften des französischen Fußballverbandes. Insgesamt spielte er 51-mal für Jugendauswahlmannschaften und erzielte dabei 25 Tore. Mit der U17-Nationalmannschaft nahm Haller an der U17-Europameisterschaft 2011 in Serbien teil und scheiterte mit seiner Mannschaft in der Gruppenphase. Einen Monat später stand er bei der U17-Weltmeisterschaft in Mexiko ebenfalls im französischen Kader und erreichte mit seinem Team das Viertelfinale. Zuletzt spielte Haller von 2013 bis 2016 20-mal in der U21-Nationalmannschaft, für die er am 14. November 2013 beim 6-0-Sieg gegen die armenische U21-Nationalmannschaft sein Debüt gab und dabei auch seinen ersten Treffer erzielte. Insgesamt traf er für die U21 in 20 Spielen 13.